liebe freunde hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von dem mario kart 8 mit sebastian, dalukat, jonathan und peter. dito kart wohl eher. ach ja ja. so, der hat mich so frustrat. der strecke aus. ach so, ja. ich erinnere mich. muss ja erst mal wieder suchen. an vorgestern. wobei wir waren, wir waren ein bisschen verschont, ne. also in letzter zeit. ist nicht gut drangekommen die strecke. jay macht bald einen neuen youtube kanal auf. der ist unsympathisch tv. gibt es bestimmt schon. echt? ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand sich unsympathisch tv gibt es wirklich. ja, siehste? ich dachte, das misst dir aber auch. echt? ja, das misst dir. hat 255 videos. alter, eine million abonnenten. ja, auf jeden fall mach ich den alleine auf. easy. ja, mich schon. du siehst auch ein bisschen so aus wie der typ. nee, der sieht so aus wie jay, oder? eigentlich sieht er gar nicht aus wie ich. klar, der fällt mir gerade auf. der jay hat ja auch den käferbomber. ja. dann würde ich den schnell wechseln. kann ja nix werden. der ist gut. ja. mach den käferbomber. mach den gerne. auf die musik war ich übrigens in breath of the wild immer noch. knife of the wild. oh, ist das hier schnell. oh yes. hab die abkürzung geschafft. aus. nein, p! boah, pff, potter! 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 also die nase ist da bestimmt schon dran gewesen an der banane. ach komm, wer hat mir denn hier die scheiße aufweilert. minus fünf punkte für griffindorse. du hast ja die auch extra nach hinten der arsch. nein, ich dachte, ich hätte die rote weggemacht mit der banane. dalo hat wieder 10 rote, ey. ach du scheiße. wieder ein paar rote, ey. du musst ja wieder an peder rankommen. oh nein, jetzt ist er weg. sepp klaut mir mein einziges item. hä, ich? oh shit. ach christian, ich denke mal, lang geht. ich hab gar kein item bekommen. ich hatte noch nen... doch, du hast nen powerpaste. wo ist den peder eigentlich? ja, den hatte ich aber vorher schon. können wir ja mal wegmachen? du hast mir also nur das item weggeschmacht ohne... ja, ohne, ohne eins zu kriegen. äh, so bin ich. ja, deseln kannst du ja teilweise. nee, nee, du machst das ja trotzdem kaputt auch wenn du... komm schon da, lu, jawoll, danke schön! ich hab's für euch aktiviert, hauptsache ihr und peder. ne, ich hab keinem. oi! wuuu! the day 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 day. kann ich überhaupt noch irgendwas machen, nachdem ich hier einmal rauskomme? ja ha, lu, lo! was?! wie bist denn du da durchgekommen?! wie bist den ganzen durch in die wand gefahren? ja, bin ich auch. What the fuck? ist ein quatsch? ja wie, in powerpilz? ach, quatsch! ich finde, akichu sieht übrigens von vorne, wenn er nur so grinst, aus wie ne alte frau. Mit der Brille. Fehlt nur noch so diese Locken, weißt du, diese weiße Lockenfrisur. So, jetzt aber. Jetzt muss Pena einmal richtig abkacken in einem Rennen. Oh, ich weiß noch nicht so ganz, welche Map ich nehmen soll. Jonathan sucht auch noch, hast du gerade bei der Figur gesehen? Okay, das geht. Ja, find ich aber auch. Alles, was Beine hat, außer Tische und Stühle. Du gehst nicht, du bist kein Tisch und kein Stuhl. Sagt Peter keine Beine oder was? Ich geh wohl. Du gehst nicht, du fährst. Haha, du gehst nicht. Peter, nicht hier fängst du. Komm schon, jawoll. Jawoll, alles Lüge. Wie gut, dass die Roda die vorbeigefahren ist. Ja, warum ist sie da vorbeigefahren? Weiß ich nicht, aber ich weiß nicht. Lüge hat mir die Abkürzung nicht stattgebracht, weil ich mir so erhofft habe. Alter, aua. Aua. Yes! Habe ich dich zweimal getroffen? Nee. Christian, weißt du, haben mir doch so beim Vorbeifahren einen mitgegeben. Aber ich habe selber dann einen abgekriegt. Das war instant Karma. Ja. Gerecht. Scheiße. Gott, scheiße. Das schlechte ist, der Fehler die gleichen Eilums hatte wie ich. Wie soll ich die denn dann einholen? Leute, in dem Moment kriege ich... 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 Das ist einfach schlecht. Ach, ey, ey, die Bombe... Ach, ey, die Bombe... Die Bombe... Peter sagt nichts. Der fliegt, glaube ich, wieder in Raketen. Natürlich. Die Bombe fallen. Huh! Ja, genau! Ja, ich habe Peter gestreift. Mit dem Bombe-Wang. Ich habe keine Münzen verloren. Ich habe Bananen verloren, Jungs. Jetzt ist Sepp stillgeblieben. Ja, er hat früher auch getroffen von fünf Sachen, glaube ich. Nein, Jay! Oh! Weg! Leute, er hat... Tröde. Oh, kann ich auch. Triff ihn, triff ihn, triff ihn, triff ihn. Ich habe die Bananen zu spät. Ja, 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 ja. Noch kämpfen wir. Oh nein, als letzter... Sehr gut, Sepp. Die ist mit dich! Die ist mit dir! Beep! Dickster! Da stand dein Name dran! Digga, mal. Da hat er nur die abgekriegt. Ich fülle auch offensive Items. Ich denke, das ist hier furios. Ja, eine Tröte als letzter! Fick dich doch, du Kackspiel! Das ist Sepp auch noch Erster geworden. Ja! Krista, als letzter kriegst du Bananen und eine Tröte, ey. Was soll ich denn damit? Scheiße! Uiuiui! Boah! Was muss besser werden? Puh, haben wir eigentlich... Also ganz erstmal okay. Der Fall ist Blitz. Äh, und zwar... Das ist ganz gut. Dadurch ist aber echt ein gefährlicher Ball. Hätten wir Zeit für Tic Tac Trauma. Das ist okay. Hab ich auch drüber nachgedacht. Ich bin dagegen entschieden. Oh, die Variostrecke ist auch gut. Mag das Pendeln nicht. Da kommen Kumu-Weide oder was? Normal? Okay. Rematch! Jetzt darfst du dich aber auch nicht mehr über Jay beschweren. Woll Jay einfach nochmal die Chance geben, hier eine gute Leistung abzuliefern. Okay. Was denn? Sexy AFK Jay ist wieder AFK gewesen. Unsexy Jay. Unsexy Jay. Unsexy Jay. Unsexy Jay. Das hab ich nie gesagt. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Oh, da kam die Grüne. Oh, da, da kam die Rote. Die kommt zurück. Oh fuck, da kommt noch ne Rote. Peter! Da kommt noch ne Rote! Bist du bescheuert? Was? Hat der jetzt bescheuert? Fehler! Das kannst du ja nie machen. Das kannst du ja nie machen. Ein bisschen Action und so. Leute sollen schreien. Die Rote als erster nach vorne schießen oder was? Da werden die Rote ausprobiert. Das war knapp. Das ist ne geile Manz. Hau! Oh, da kommt Raketen-Joe! Nein! Und dann schafft er das auch noch, uns zu überholen. Okay, beide mit Sternen jetzt. Jay, holen wir uns. Alter, verdammt. Gebt weg mit euren Sternen! Nein, meine, meine schönen... Alter, die Bombe ist so ein schlichter Scherz. Ich bin jetzt weggefickt worden. Ja, aber was viel schlimmer ist, wenn du so als Trainer bist und dann immer so 100 Rote abbekommst. Ja, das ist wirklich viel schlimmer. Das ist die zweite Runde. Wer klebt dir richtig hart am Arsch? Du bist das nur noch. Ich bin mit einem Volk gelandet. Wir sind alle hinten. Ich krieg die ganze Zeit nur Bananen! Ich hätt keine Bananen! Jetzt hätt der Bananen! Aber die kann's nicht abwerten, die blauen Peter! Jawohl! Brrrrrr! Diese blaue ist einfach nur behindert. Gar nicht. Einfach nur erfunden worden, um Peter in Schacht zu halten. Drei Rote für den Scherz! Nein! Jetzt? Nein, jetzt nicht! Das ist ja voll ein Witz! Boah, das war noch knapp. Der Raketengord hat mich gerade dazugesteckt. Das kann ja wohl nicht sein! Aber irgendwie hat Jay hier nicht, nicht delivered. Aber ich weiß auch nicht. Ja, das waren meine zwei Points! Holy Moly ey! Das ist aber hier auch wieder mal ein Match! Wer klingt das noch? Hallo! Was hast du gerade versucht? Um Ihnen zu sprechen? Nein! Nein, ich möchte nicht wirklich zurückgehen! Hallo! Es geht nicht! Hallo! Ich glaube, das ist ein Voice-Chance! Es müssen alle rein, die sich dann hören wollen! Boah, das ist ja super! Dann, hm, könnte jemand gerade was sagen? Ah, ich hör mal eben rein! Jawoll! Jawoll! Okay, okay! Okay, okay! Okay, okay! Aber Christian soll es dann schaffen! Warum? Warum würdest du mir das nicht? Was hast du gegen dich alle? Warum hast du diese persönliche Ablage gegen dich? Das ist die letzte Runde eigentlich nicht! Was habe ich dir getan? Du hast die letzte Runde, ja! Kass! Warum haben wir denn so wenig Punkte alle? Wir alle? 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 Es ist schon relativ... Wir haben jetzt... Alle? Alle bis auf ein kleines Dorf! Wirklich wenig! Ich weiß es ehrlich gesagt nicht! Hatten wir aber, als ich erster geworden bin, auch. Da hatten auch alle relativ viele Punkte. Weil einfach die Punkte so verteilt waren. Wie kann das denn passieren, dass ich mit R in die falsche Richtung dritte? Das passiert mir auch schon mal. Ich weiß aber nicht warum. Äh, das ist wenn du die falsch anfallst. Habt ihr euch hier geärgert, hier vorne? Ich musste stehen bleiben, der Drift hat nie aufgehört. Alter, wir sind hier alle so beieinander einfach nur... Wieso hast du denn die Runde weggeschossen, die für Jey war? Ich hab hier gar nix weggeschossen. Die Feuerbälle haben die Runde weggeschossen! Digga, Feuerball, Junge. Das ist immer okay. Agree. Ach komm, echt. Jetzt kommt aber eh der schlimmste Teil der... Oh Gott! Der schlimmste Teil! Der schlimmste Teil ist halt... Dalu ist unser Blitzman jetzt, ne? Ja, ohne Witz. So oft wie ich Raketen kriege... Leute, wer hat denn da die drei... Alter! Was ist hier denn passiert gerade? Ich komm nach wie... Ich hasse diesen scheiß Wald! Mh... Ja, irgendwann komm ich dann auch mal. Oh, Peda ist bei mir und Dalu. Ja, nice. Jetzt sucht ihr Peda öfter. Oh! Oh, die Kurve! Da hab ich extra die Kurve weit genommen und gedacht so... Ah, vielleicht... Oh, man! Warum? Nein, 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 nein! Du, die Scheiße, kleine Wurrensau! Komm, Christian! Fahr! Ich halte dir Peda auf! Das Schlimme ist, da macht der wirklich! Wo bist du, Peda? Rückspiegel! Ja, keine Chance! Du hast nen Stern! Ja, ich warte auf dich! Ich warte! Das reicht aber nicht! Jawoll! Ja, doch! Gemeinsamer Sieg! Du hast mit seinem Bremsen tatsächlich den dritten Platz geopfert! Fünf den vierten? Nein, du... Dalu ist natürlich Vierter geworden! Erstmal bin ich immer... Danke, Dalu! Danke schön! Dalu, der Käpt'n hat sich heute mal fürs Team geopfert! Das find ich ja nett! Ja, Doppelsieg für Peda und Mädchen! Wo ist denn Dalu, der Käpt'n? Ja, das lässt ja so! Auch der Käpt'n muss mal einen fürs Team wegstecken! Das hat er grade getan! Woh, dann ist ja richtig... Dalu, du hast nicht mal geschafft, Peda von Platz 1 abzuhalten und bist noch Vierter geworden! Richtig verkackt! Doch, sonst hat Christian nicht richtig verkackt! Richtig verkackt! Er hat er ja wohl offensichtlich! Er hat ja auch so erst... Also, da würde ich nicht mal... Da klatscht nicht mal Lakitu mehr! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!